Die Stimmung ist nach gestern Abend sehr angespannt. Manfred, du bist ein Teufelsrochen bist du! Ich glaube, ich habe einfach alles. Oh, fuck, ey. Was passiert denn überhaupt hier? Das geht hier um was, wenn alles gut läuft. Um Liebe. Unglaublich, also es ist wirklich wie ein griechischer Gott. Trinkt man Hunger? Ich habe noch eine kleine Überraschung und zwar ein Einzel-Laden. Sehr viele haben sehr große Angst. Es war ja absolut das Traumdate, was die hatten. Das zerrt an meinen Nerven. Natürlich hatten die Sex. Jetzt kommt er wirklich nicht mehr wieder. Ja, jetzt ist es vorbei. Nein. Wir sind in der Endphase der Aussiebung. Puh.